Ich bin ein Uhu, die größte Eule der Welt. Ich bin 60 Zentimeter groß. Da schaust du was? Was willst du denn von mir wissen? Sicher sind dir meine großen Augen aufgefallen. Damit kann ich auch in der Nacht super sehen. Das ist auch wichtig, denn ich jage nur in der Nacht und Dämmerung. Tagsüber schlafe ich lieber geschützt auf einem Baum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017